Hallöle und guten Tag hat er gesagt. Wir sind immer noch auf der Mondstation und mir ist so aufgefallen, guck mal, was die hier draußen machen. W-w-w-w-wat ist das? Was machen die da? Besonders warum ist da eine Ami-Flagge, die sich nicht bewegt? Die bewegen sich, aber die nicht. Hm, komisch. Aber wir machen weiter. Ganz einfach. Ah. Okay, gut. Ich dachte, ich hab den einfach übersehen, aber ist nicht so. So, von da kommen wir... Nee. Von wo kommen wir denn? Nee, wir kommen... Ah, ja, stimmt. Und jetzt wollen wir hier rein. Okay. Okay. Pam. Tömm, auf. Hallo. Okay, Wasserpumpenstation. Also irgendwas müssen wir hier auf jeden Fall wieder machen. So ein ganz schwieriges Rätsel. Aber wir sammeln erstmal alles ein. Wie gewohnt, ne? Wie zu gewohnter Stunde. Zack, 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 zack. Will da nicht. Einfach mal 10.000... Oh, was ist das denn hier? Heizdorm. Abzug. Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt hab ich gar nicht geguckt, wie wert ist. Aber bestimmt ein Stück. Ein Stück Müh. Ein wenig. So. Okay. Die müssen wir irgendwie... Ich glaub nur aktivieren. Was ist mit die? Was erzählt der denn? Wenn wir den Druck ausgleichen, sollte das Wasser wieder fließen. Okay. Das machen wir gleich. Warte mal. Hier hinterliegt nichts. Ja, tschüss. Ah, hier kümmern wir nicht ran. Okay. Na ja, denn. Okay. Ah, okay. Eins und drei. Ja, fertig. Easy, Alter. Okay, lass uns die Zutatenstation suchen. Das war... Das war einfach mal schwierig. Das war echt schwierig. So, es geht nach oben und nach unten. Oh, da ist eine Leiter. Eine Leiter. Das kommt. Ich will nach oben. Hä? Muss ich erst nach unten? Ich kann doch nicht mal nach unten. Aber ich kann die Leiter auch nicht benutzen. Muss ich springen oder so? Achso, mit Ducken kommen wir dann ein bisschen tiefer. Okay. Wir probieren es nochmal mit dem Jump. Aha. Okay. Mikoy Garden. Hallöchen. Mhm. Mhm, 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 mhm. Nee, wir können hier auch buddeln jetzt. Oh, die Jessica ist wieder da. Aber nee, ich dachte, der gleiche wird wie hier mit, äh, wie ist es? Jolene? Jacqueline? Weiß nicht. Könnt ihr euch vielleicht an eine andere Puppe erinnern? So. Wir müssen hier ein bisschen wirklich gucken, dass wir nichts übersehen. Ich höre hier auf jeden Fall das goldene Toilettenpapier. Ich muss da irgendwie hoch. Und ich weiß noch nicht so richtig wie. Ah, das werden wir uns gleich mal angucken, wie ich da hinkomme. Was ist das hier eigentlich? Jaffa Priester. Äh, Jajan Priester. Okay. Ich will it. Ich will it mehr als als andere. Also nee, das stimmt nicht, aber ich will it. Kommen wir denn? Ach nee. Guck mal, wenn ich jetzt hier so hoch springe. Ich will it. Hey, dann muss ich doch hochkommen. Hey, hey, hey. Nee, 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 nee. Doch, doch, doch. Okay. Ist irgendwas hier noch höher? Ey, ich habe hier kein... Hä? Nee, das schafft er nicht. Wie soll ich denn... Ach, da müssen wir hoch. Okay, auf den müssen wir rauf. Irgendwie. Die Frage ist nur... Hui. Ich schaffe es hier nicht so hoch. Äh? Mhm, 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 mhm. Komm schon. Komm schon. Ey, ich bin doch fast drauf. Oh, wollte ich schon sagen. Gib mir das. Okay, jetzt haben wir das hier. Und denn? Das wart hier, glaube ich, ne? Komm, wir gehen mal nach unten. Ach so, das ist schon auf nach unten gestellt. Ich hänge, ich hänge, ich... Puh. Na, ich wollte eigentlich noch einen nach unten. Mein... Ach so, ich bin nur geduckt. Hi. Okay. Okay. Erstmal umgucken, was hier überhaupt Phase ist. Ja, wir sprechen gleich mit dem Onkel da. Aber nach dem. Okay. Warum kann ich die nicht zerhauen? Suche eine Zutat und gib sie in die richtige Maschine. Mit jeweils dreien sollte es funktionieren. Okay. Das hier ist... Was ist das hier? Ah, Mann. Ach, Korn. Ja, Korn. Okay. Wie, wat? Willst du nicht? Ach, nee. Das ist ja falsche Korn. Ach, das ist ja Korn. Oh, jetzt müssen wir hier auch noch so eine blöden Dinger machen. Ach! Den noch daneben. Ist nicht peinlich. A1. Naja, es liegt schon mal in der Nähe. Ach, hör auf. Du bist doch des Teufels. Du hast es gerade so geschafft. Wieso gerade so? Verstehe ich nicht. Das ist das andere hier, ne? Ja. Ey, das hat ja gar nicht gezählt, ne? Achso, liegt davor. Okay. Wieder nicht getroffen. Oh. Ich will jetzt sofort Lunavid. Ja, ich ja auch. Aber... Schöne mal eine Runde. Beobacht von euren Staffarm. Lunavid ist gleich hier um die Ecke. Wo denn, wo denn? Wasserhänd, wo denn? Der Eingang zum Lunavid sollte wie zurückkehren? Jetzt muss ich den ganzen Weg zurück? Nicht dein Ernst, oder? Echt jetzt? Ja. Ja, 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 ja. Ey, Jungs, mir ist das zu schwierig. Sind wir am Eingang? Ne. Jetzt aber, ne? Äh, ich bin doch hier. Kann ich... Ist das nicht da? Okay. Ah, hier. Ach, ja, 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 ja. Ist okay. Äh. Moin. Benutze die Bedienfett, um die Galaxie Lunavid herzustellen. Unseren. Okay. Was muss ich hier machen? Den könnte ich drücken. Korn. Press Start. Erstmal den hier. Und jetzt? Was muss ich hier machen? Add Barley. Bad Moimaren? Error. Sequenz Reset. okay moment start ja hau rein jetzt hier was willst du denn von mir add barley error sequence reset was soll ich machen ich weiß ja gar nicht hast du noch ein paar tipps ich kann dir verschmecken ja sag doch mal was ich machen soll nah dran bist du denn doof ich brauch doch ne anweisung dafür ich seh doch hier gar nicht was passiert hier sind ja weder farben noch irgendwas anderes du doof ding ja mach jetzt hier fängt das jetzt an add barley error sequence reset ich weiß gar nicht was ich machen soll lass mal überlegen ich drück das und jetzt mach start so was passiert jetzt ich drück start so jetzt ist start das ist ein pressure controller add corn error sequence reset aber warum darf ich das nicht drücken oder was add barley ach so da steht add barley jetzt habe ich so geraucht add barley 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 error sequence reset wege in was denn ach so ich habe bestimmte falsche gedrückt ach so ich habe bestimmte falsche gedrückt wie lange muss ich denn das machen man macht das denn Spaß Add rye Add rye Add corn Add barley Add corn Add rye Add rye Add corn Add corn Add rye Add rye Na endlich, na endlich Ich dachte ich bin schon bekloppt im Kopf Ja, ja, ja Muss ich das jetzt saufen? Hallo? Hallo? Find ich jetzt hier noch was? Okay, los komm, wir hauen uns das mal hinter Ach ne Ach ne, ich hab's nur gefunden Ich dachte ich muss jetzt saufen Fertig? Ciao Das war richtig geil Ähm Ne, hat Spaß gemacht, das war echt toll Ab nach Hause Ich weiß nicht warum, aber Vielleicht gibt's ja ne neue Quest Ich glaub zwar irgendwie nicht so richtig, weil ich glaub das war der Highlight jetzt und mehr wird's ja nicht geben Obwohl wir hätten Neuer dritte Bitwars zu machen Aber Hm, man weiß ja nicht, ne Erstmal einlagern, das kommt Einlagern Dann legen wir uns hin Zumindest dann hatten wir ja keine Kosten Erstmal ne Runde schlafen Aber diese Maschine, ne Ich hab's ja gar nicht verstanden Was der da ist Die einfachsten Sachen verkackt man Das ist wie bei Billard, ne Kennt ihr das? Die einfachsten Kugeln, die direkt vorm Loch liegen Die verkackt man Aber dermaßen hart Und diese Diese Hardcore schweren über 5 Banden Mit Looping Hast du nicht gesehen, ne Die schafft man Beim ersten Mal So, wir geben erstmal die Mehl ab Und wir haben eine neue Hallo, um nach Hause zurück zu kehren Aha, jetzt kommt's, ne Brauchen wir ein Dimensionsgerät Kannst du so ein Gerät schicken? Wenn du dein Zielort erreicht hast Werden Werde ich den Galaxie Lunavid durch die Kraft meiner Gedanken übertragen Mhm, na klar Ja, dann weiß ich nicht Dann Gutes Gelingen, ne Den haben wir nämlich noch gar nicht Okay Jetzt müssten wir wieder zum Mond Nö, oder? Ich hab gar keinen Bock drauf Erstmal hoch machen den Laden Und hier hinten erstmal durch Ich will mal gucken Haben wir noch irgendwas zum Säubern? Irgendwie glaube ich's nicht Oh, aber hier noch zum Zusammenbasteln Du, 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 du Aha Cool So, die ersten Kunden Kommen sie rinnen, können sie rausgucken Kein Problem, ich verticke hier alles Da ist er ja schon wieder Ach Ja 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 Ist egal, verfatze ich jetzt nicht Ähm, nach draußen Was hast du denn da schön? Ach, die Schnabelente Nee, die will ich nicht Ist halt so Tschüss Du verschwendest meine Zeit, Mäuschen So, was haben wir hier denn noch? Achso, ich könnte auch mal Ups So weit geklickt Den raum man's auch Nee, komm gleich Oh, ich hab'n verloren Ah Ah Da fehlt noch was Ich komm'n nicht mehr Ich komm'n nicht mehr Ich komm'n nicht mehr Oh, doch noch Ein Kettchen Was hast du denn da mit vor? Das ist keine Luftbeerenkette, ne? Ach Oh, ist das schlecht Ist das schlecht? Für sowas Schlechtes Krieg ich auch noch 10, ey Naja Man kann eh alles haben, ne? So Sie will noch was verkaufen Aber den Lautsprecher Nee, das ist mir zu wenig Nein Wir bieten hier nur heißeste Ware Den geilen Scheiß Den man sonst nirgendwo kriegt Nur das bieten wir hier So Was haben wir hier noch so schönes? Ey, ich war gerade Am tun und machen Erstmal Ablage Hey Jam, 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 jam Ja, der Katerham Fertig aus, Ende Hau ab Cool, Mensch Ja, wir müssen auch mal die kleinen Sachen loswerden Und wir haben einen Haufen kleinen Sachen gefunden, ne? Also wir haben ja auch die eine Garage mit dem ganzen Filmmaterial, das ist ja auch heftig Ne? Ne? Also das ist, äh Schon zu viel eigentlich Aber, ähm Was muss? Das muss Ja, der muss auch 500 wert sein hier eigentlich Mal gucken, ob der Dieb dabei ist Der blöde Arsch Ja, da braucht man doch ganz schön viel Material, ne? Ja, der Bobby, der kauft eigentlich immer richtig heißen Scheiß Aber diesmal nicht Boah, wie kann man denn so blöd sein, ey? Ach, ist egal Ich würde da einfach nur loswerden Das sind mir die tiefsten Das ging auch Langsam nervt die ist falsch, aber muss ich sagen So, was haben wir noch zu reparieren? Irgendwas war da noch hier, ne? Die Waschmaschine, äh ne, der Herd Ich dachte, das ist ne Waschmaschine Warum liegt ein Detter auf dem Boden eigentlich? Ey, frag für nen Freund Das verstehe ich nicht so richtig Das ist gar gut Das hier fällt mir ja, tschüss Das hier fällt mir ja, tschüss Das ist gar gut Das hier fällt mir ja, tschüss Das ist gar gut Das hier fällt mir ja, tschüss Die hat immer ganz komische Stimmen, ey Jetzt läuft sie aber hier Das läuft aber Was? Das war grün Das war grün Sie hat immer fünf verschiedene Stimmen Heftig, die alter Echt echt heftig Können wir hier noch was? Hier noch was? Ja Okay Alles klar Nee, erstmal verkaufen Ey, ich muss dann gleich losrennen Mh 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 Ah so, das war schon wollte ich nicht reparieren kommen wir reparieren das jetzt noch weiter können wir in der nächsten folge denn noch ein bisschen hier weitermachen und auf jeden fall dann denke ich mir also ich dachte eigentlich schon die letzte ist die letzte quest na außer die bit wars aber irgendwann haben wir noch zu erledigen wir müssen helfen dass die aliens da weg kommen um eine fette party machen zu können warum auch immer geil haben wir geschafft super 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 das kommt die machen wir sehen ja namaste ach dieser blöde agent okay dann verabscheue ich mich schon mal wir sehen uns beim nächsten mal